So, dann herzlich willkommen zur Wochenendausgabe. Das ist jetzt hier ja ein aufgezeichnetes Video. Im Moment zeigt der JFD Desktop einen Demostream an und ich konnte auch per Testzweck noch nicht live gehen. Mal schauen, ob sich das am Montagvormittag sich gleich bereinigen lässt oder eben wird das Video eben auch wieder eine Aufzeichnung dann folgen. Kommen wir aber jetzt erstmal zum DAX, beziehungsweise was in den letzten Wochen passiert ist. Da mache ich zuerst mal hier den Dow Jones auf. Kurz für die treuen Zuschauer wissen, dass das ein Chart von letzter Woche ist. Das sollte hier runtergehen. Hier wurde dann auch im Stream, beziehungsweise auch in den Videos gesagt, Einstieg. Der Ausstieg erfolgte dann hier etwa der restliche Anstieg. Ab Donnerstag wurde jetzt hier im Stream, beziehungsweise von mir nicht mehr vorgestellt. Für mich war das eher vage, ob es nicht eben auch zu diesem Zeitpunkt hier einen weiteren Down-Move laufen könnte. Deswegen waren hier dann keine Trades mehr angedacht. Im DAX, da habe ich hier mal den Future mitgebracht. Den DAX Future, die laufen ja und Kassa laufen in dem Sinne fast gleich, außer dass halt natürlich der Kassa um 17.30 Uhr beendet und um 9 Uhr startet und der Future halt bis von 8 Uhr bis 22 Uhr durchhandelt. Aber die Abweichungen sind jetzt aktuell nur 5 Punkte, deswegen die Marken sind fast identisch mit dem Kassa-Marken. Hier hat sich sozusagen der DAX innerhalb des 4-Stunden-Charts bewegt. Der Widerstand war hier oben und die Unterstützung hier unten im 4-Stunden-Chart. Und was jetzt hier natürlich sein kann, eine Öffnung, die eventuell eben gleich über 9.900 Punkten stattfinden könnte oder auf jeden Fall in diesem Bereich, dass ein Abgeb entsteht. Denn ja, der Dow Jones Index zog ja am Freitag komplett noch nach oben, auch in den letzten 4-Stunden-Handelsstunden. Das hat ja fast auf Wochen hoch dann geschlossen. Das ist jetzt erstmal die Ausgangslage. Inwieweit der Dow Jones, das ist eben auch der Future-Bereich, da muss man jetzt 100 Punkte drauf addieren. Also der Dow Jones kann bis 16.000 circa 600 Punkten ansteigen, plus minus 10, 20 Punkten. Im Future ist es eben 16.500 Punkte. Von da an wird es wahrscheinlich eben schwierig. Der nächste Widerstand lauert dann 150 Punkte weiter oben. Nö, 250 Punkte. Entschuldigung, 250 Punkte sind das hier. Das könnte eben im DAX dann dieser Bereich von 10.150 dann entsprechen, beziehungsweise 10.100 Punkten. Also über 9.000, über das Hoch, 9.930, rund 9.920. Sollte, beziehungsweise müsste auch eigentlich der DAX recht schnell 150 Punkte ansteigen, da jetzt hier keine größeren Widerstände liegen. So, und dann noch zu den Big Playern. Apple hat als Aktie, obwohl die schlechten Quartalszahlen da waren oder schlecht hat aufgenommen worden, das Wachstum ist relativ begrenzt gewesen. Oder für die Zukunft sehen Sie nicht großes Aufwärtspotenzial mehr, wenn keine neuen Produkte kommen. Aber hat sich hier definitiv sehr gut. Zwei Umkehrkerzen konnten sich hier heraus bilden. Und das ist jetzt für mich eine Aktie, die nächste Woche eben auch den Dow Jones mit nach oben treiben könnte. Im Gegensatz zu einer Microsoft, die lief perfekt in den Kaufbereich rein. Mit den Zahlen erneut ein Gap gerissen. Allerdings läuft hier die Aktie dann bei 55.30 auf einen horizontalen Widerstand. Aber das wurde ja hier mit dem Gap einmal schon geschlossen. Das nächste höhere Gap liegt noch bei ca. 1.30 Dollar höher. Aber hier dürfte es dann definitiv auch schwer werden für die Aktie. Also Potenzial ist hier noch gewisses vorhanden. Amazon hat schlechte Zahlen. Oder sind halt schlecht aufgenommen worden von den Marktteilnehmern. Hier ist ein riesengroßes Gap entstanden. Verkauft. Die beiden Positionen wurden schon vor den Zahlen bei 605. Und da war für mich dann, ja, habe ich keine Meinung gehabt hier vor den Zahlen mehr. Die Ex-Google-Aktie-Alphabet ist für mich ausgereizt. Klar, ein Stück weit nach oben wäre noch Platz. Könnte natürlich die Aktie auch noch erreichen, weil ja die Nesdaq auch noch ein gewisses Aufwärtspotenzial hat. Aber diesen Chart haben wir jetzt nicht dabei. So, zu den anderen Aktien. Ich habe hier mal auf God-Mode, veröffentliche auch sehr viele Chart-Analysen, bin ich mal die letzten, eben seit ich hier in der Woche, eigentlich in der Kalenderwoche vom 18. auf das Rebound-Szenario eben ausging. Hier habe ich ja hier auch für JFD eine Analyse veröffentlicht von den S&P 500. Folgt diese Woche noch eine Gegenbewegung. Die ist ja dann genau an dem Mittwochabend dann eingetreten. Und in der Folge ist ja der, der, hier den S&P 500 Index gewaltig nach oben gelaufen. Ja, mehr oder weniger fast an dem Mittwoch dann das Tief erreicht, beziehungsweise in der Analyse waren diese beiden Punkten ja beschrieben. Aber nochmal, hier waren dann sehr viele Analysen von mir veröffentlicht. Und hier bin ich jetzt eben vorher kurz durchgegangen. Und hier liefen dann, muss ich sagen, sehr viele haben eben dann an den genauen Unterstützungen gedreht. Wenn man hier auf statistischen Chart geht, sieht man, wo die Veröffentlichung war, Live-Chart, wo dann der Kurs jetzt steht. Sind eben viele hier eine, eine Bio-Gen hat sich eben wenig bewegt, ist aber an der Unterstützung, könnte, die Unterstützung könnte verteidigt werden. Auch hier wäre jetzt erstmal, weil zweimal der Test an die leicht, wie eben auch schon hier erwähnt, mit leicht steigenden Kursen zu rechnen. Zwar nicht ganz ein präferierter Szenario oder ein 1A-Szenario, aber definitiv sind hier steigende Kürse im Moment wahrscheinlicher. Der Amgen war noch mit unteren Kurszielen bedacht, erst ein Schlusskurs über der Marke von 157. Hier ist es nur kurz temporär übergeschossen. Also hat im Prinzip hier der Widerstand auch noch. War aussagekräftig. Hier der Unterstützungsbereich hat hier eben komplett gezählt. Hier waren tiefere Kürse noch vorgesehen. Ein Kaufsignal gab es hier noch nicht. Das ist der NoFi. War hier nahe, oder beziehungsweise der wichtigen Unterstützungsbereich im Wochenchart hat gehalten. Was natürlich dann auch sehr wichtig war für die anderen Aktienmärkte. Es gab eine Gewichte der Aktie. Es ist direkt an das Kursziel schon herangelaufen. In Microsoft hatten wir ja schon besprochen, kurz. Aber da sieht man eben auch, wie die Analysen, die erste Analyse war eben falsch. Da ist der Stopp kurz gerissen. Die nächste lief dann optimal in den Bereich rein. Hier konnte man sozusagen den Verlust wieder ausgleichen. Eine Under Armour ist eine Textilaktie, sowas wie Nike. Kam an eine Wochenunterstützung ran. Wurde hier bei 67 sozusagen empfohlen. Aktuell mit guten Zahlen stehen wir 20 Dollar höher. Ich will jetzt einfach nur auch ein... Nicht, dass jetzt hier die Setups alles super getroffen haben. Aber ich wollte eben nur bereitstellen, dass hier diesmal in den letzten Wochen wieder die ganzen Unterstützungen, die sehr ausgesucht waren, eben dann gehalten haben. Die Woche davor, beziehungsweise eine, anderthalb Wochen davor, wurden ja viele Unterstützungen einfach gerissen. Aber der Markt spielt eben aktuell wieder die Unterstützungen. Oder ist das Chartbild, wie jetzt auch hier, angeschlagen? Da gab es eben noch kein Kaufsignal. Und wenn man auch hier sieht, es sind ja auch nicht alle Setups auf Buy-Setups gewesen, sondern auch sogar die, die auf Short waren, wurden dann sogar erreicht. Ja, oder Neselgin war eben auch angedacht, ein neues Tief noch zu machen. Mit den Zahlen, zack, nach unten. Und mit der neuen Analyse, die Anfang der Woche noch rauskam, kann man auch hier es kurz noch sehen. Ähm, seltsin mutige Anleger schlagen jetzt zu, war der Tenor. Als die Analyse dann raufkam, kann man ja auch wieder sehen, lag hier unten bei 96 Veröffentlichung. Und die ganzen Bedingungen haben hier, wurden eingehalten. Die Heidelberg Zement wurde ja auch, wie oft vorgestellt, hier waren wir ja Autodesk. Konnte gerade noch den Stoppkurs halten, was, ich will ja auch eine Aktie noch hier zeigen. Hier wurde zunächst nicht die Oberkante angetroffen, kam davor ein Rücklauf. Aktuell stehen wir jetzt eben auch an der Widerstandslinie hier, eine Visa, das wäre für mich jetzt definitiv kein Kauf. Darüber wird es wahrscheinlich eben nicht gehen. Eine 3M, deutlich outperformed. Hier war dann eher eine Analyse, sollte eigentlich eher nach unten gehen. Hier wurde aber gleich weitergekauft. Also war hier die Folgeanalyse dann falsch. Eine Münchner Rück, die ist jetzt eben wichtig, interessant. Ist dann genau in den Widerstandsbereich reingelaufen. Und jetzt darf man mal sehen, ob jetzt was eben der DAX macht. Wie es eben jetzt aussieht, wäre jetzt das, ist ja nur, wie man jetzt eben auch hier sieht, so sollen ja auch die Chartanalysen in etwa gelesen sein. Wenn das Level erreicht wird, muss man eben auch mit dem DAX eben abgleichen. In dem Fall, weil das ja ein Big Player ist. Und für mich wäre jetzt eben der DAX ein Kauf. Also wäre das jetzt hier für mich aktuell kein Short. So einfach, wenn es jetzt hier eine eindeutige Umkehrkerze noch folgt, dann ja. Aber jetzt ist aktuell mit dem DAX-Ausblick am Montag definitiv nicht zu shorten. Entschuldigung, eine KUKA, wie man auch hier sieht, Short-Szenario getroffen. Und eine Nvidia, die hat es eben nicht geschafft. Die hat den Unterstützungsbereich hier gerissen und ist in den Stop reingelaufen. Also das sind jetzt nahezu fast alle gewesen. Jeder kann sich selbst ein Bild machen, indem man hier auf der God-Mode meinen Namen eingibt und eben hier nach den ganzen Setups sucht. Also ich habe jetzt hier keine eigentlich groß ausgelassen. Ich habe halt von hinten angefangen. Kann auch hier, ja, eine KUKA war ja bis zur KUKA Münchner Rück. Also ich habe halt hier nur die TripAdvices, glaube ich, keine Aktie. Die ist auch in den Stopp gelaufen. Wie gesagt, klar, 100% Trefferquote gibt es nicht, aber hier waren wieder sehr viele Setups im Plus. Für die nächste Woche habe ich hier angekündigt, den Bund näher einzugehen und da einen hoch zu suchen. Und das wird auch so sein, der DAX und der DAO haben noch Aufwärtspotenzial. Jetzt ist das Video länger geworden, aber danke fürs Zuhören. Und am Montag weiß ich noch nicht genau, ob ich eben live gehen kann, wenn es Probleme gibt. Danke schön.